Mit einem zwinkernden Auge möchte ich euch heute vorstellen, wie ihr Eier in Sekundenschnelle färbt. Kurzer Aufwand, aber acht verschiedene Farben. Ich bin Kalle und du bist bei Guckstum mit Kalle. Herzlich Willkommen! Und hier ist die Methode. Fertig. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kalle. Das war's von mir.